Okay, das nächste Stück wurde ich gebeten, Fussel, ich glaube Fussel aus Torgau zu rythmen. Was tue ich jetzt hiermit? Weil das wird schon passend sein. Das ist ein Kassiererstück. Wir machen das jetzt mal so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und dein ganzes Leben schnitt, mit deinem Tor bestimmen Werden wir, wie er ist, keine Kriege mehr Bongo, mit der Bongo, ist jetzt ungelaut Wirst du auch mal angeklaut, hast du trotzdem gelaut Bongo, mit der Bongo Bongo, mit der Bongo Bongo, mit der Bongo Bongo, mit der Bongo Mit der Bongo